Verlierer hat es in der Gesellschaft immer gegeben. Das Modell der sozialen Marktwirtschaft versprach im Nachkriegsdeutschland ausgleichende Gerechtigkeit. Alle hatten an Wachstum und Wohlstand teil. Heute nehmen prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu. Der soziale Aufstieg ist nicht mehr selbstverständlich. Die Schere zwischen Arm und Reich in der deutschen Gesellschaft geht weiter auseinander. Zunehmend fühlt sich auch die Mittelschicht abgehängt. Daraus entstehen Ungerechtigkeitserfahrungen, gesellschaftliche Konfliktlagen und politische Probleme, wenn Bürger sich enttäuscht von der Demokratie abwenden. Der Ökonom und Soziologe Oliver Nachtwey nennt das Phänomen auch in seinem gleichnamigen Buch Abstiegsgesellschaft. Er ist am renommierten Frankfurter Institut für Sozialforschung tätig. Wir haben so etwas wie eine prekäre Vollerwerbsgesellschaft, so hat das der Jena-Soziologe Klaus Dörre genannt. Das finde ich einen sehr treffenden Begriff, weil er sagt, zwar kommen immer mehr Menschen in Arbeit, aber die Arbeitsverhältnisse, die sie vorfinden, sind viel häufiger prekär. Etwa ein Drittel aller Jobs in Deutschland sind sogenannte atypische Arbeitsverhältnisse. Das heißt, sie sind entweder befristet, es sind Leiharbeitsverhältnisse oder Minijobs. Und das sind häufig Jobs, von denen man nicht leben kann. Und in diesem Sinne muss man sagen, was nützt einem eine hohe Beschäftigungsquote, wenn das Jobs sind, wo man dann noch eine andere Unterstützung braucht oder eben kein gutes Leben von führen kann. Dichtwort atypische Beschäftigung trifft weitestgehend immer noch Frauen, ne? In der Regel Frauen, verstärkt auch Männer, aber gerade Alleinerziehende oder jüngere Frauen, die sind darauf angewiesen, ihr Einkommen eben durch Minijobs, Teilzeitarbeit aufzustocken. Oliver Nachtwey, was verstehen Sie unter regressiver Moderne und warum leben wir in einer Abstiegsgesellschaft? Wir hatten das gerade schon etwas skizziert. Diese Zeit der sozialen Moderne, das Produktivitätswachstum in dieser Zeit war enorm, aber wenn man sich die Durchschnittseinkommen oder die Entwicklung der Durchschnittseinkommen in Deutschland anschaut, dann kann man sagen, bis in die 70er Jahre haben sich die Arbeitnehmereinkommen etwa analog zur Entwicklung der Produktivität, also zum wachsenden Wohlstand entwickelt. Und seit Mitte der 70er Jahre etwa, da haben sich erstmal Produktivität und Einkommen nicht mehr parallel zueinander entwickelt, sondern die Produktivität ist gestiegen, die Einkommen nicht mehr so stark. Und seit den 90er Jahren haben wir eine Zeit, wo 20 Jahre lang die Arbeitnehmereinkommen im Durchschnitt gesunken sind. Und das ist ein tatsächlich bisher nicht gekannter sozialer Abstieg für die Arbeitnehmer als solche. Und sie haben auch ihren Anteil am Wohlstand verloren. Das ist ein Element. Das andere Element, ich habe es angesprochen, das ist die steigende soziale Unsicherheit. Ein Drittel aller Jobs sind prekäre oder atypische Beschäftigungsverhältnisse. Und damit einhergehend, der Aufstieg, den wir vorher kannten, der ist nicht unbedingt mehr ein Aufstieg in dem Sinne, dass wir, wenn ich mich beruflich weiterqualifiziere, dass damit automatisch auch die bessere soziale Lage einhergeht. Ich möchte im weiteren Verlauf mit Ihnen jetzt nicht über Reichensteuer oder Vermögenssteuer sprechen, sondern das, was der englische Gerechtigkeitsphilosoph John Rawls mal demokratische Gleichheit genannt hat oder das System der demokratischen Gleichheit. Er unterscheidet das von natürlicher Freiheit und liberaler Gleichheit. Wir müssen jetzt keine Begriffsexegese machen, aber es ist doch offensichtlich, dass aus solchen Ungerechtigkeitserfahrungen auch verändertes politisches Bürgerverhalten erwächst. Also Entdemokratisierungsprozesse, Referenten, Neonationalismus, Teilstaatenwünsche, EU-Abkehr, ein bisschen anspruchsvoller gesagt, das, was man auch Postdemokratie nennt, Parteienkrise. Was haben diese Ungerechtigkeitserfahrungen mit dem Bürger gemacht? Haben Sie ihn auf die Rolle des Konsumenten reduziert? Verliert er sozusagen sein Citoyen-Dasein? Ja, da gibt es mehrere Dimensionen. Also das, was ich jetzt regressive Modernisierung bezeichne, soll diese Ambivalenz, die Widersprüchlichkeit herausstreichen, die wir heute haben. Einerseits sind unsere Gesellschaften gleicher geworden in der Hinsicht von Gleichheit der Geschlechter. Wir haben aber auch mehr politische Partizipationsrechte. Es gibt viel mehr Bürgerinitiativen. Es gibt viel mehr Volksabstimmungen. Und gleichzeitig hat man aber in dieser Gleichheitserfahrung eine neue Ungleichheit. Also der horizontalen Gleichheit zwischen den Geschlechtern und den Ethnien kommen neue vertikale Ungleichheitserfahrungen dazu, Abstiegsängste. Und den neuen Partizipationsmöglichkeiten in der Politik stehen gegenüber mehr Hinterzimmergespräche, mehr Einfluss der Lobbygruppen, mehr supranationale Verhandlungen und Entscheidungsgrößen, wo der Bürger das Gefühl hat, ich komme hier gar nicht mehr vor, ich habe gar keinen Einfluss. Und das wird jetzt in den letzten Jahren verstärkt als Postdemokratie bezeichnet. Und das führt eben dazu, dass man sich viel stärker auf sich selbst zurückzieht, sich selbst mehr als Kunde mit Rechten betrachtet, nicht mehr als der am politischen Prozess aufgeklärt sich selbst dort einbringende Teilhabebürger, sondern eben als jemand, der konsumiert und wenn es ihm nicht passt, dann aber auch gleich mit sehr, sehr starken, aggressiven Effekten reagieren kann. Denn damit kein falscher Eindruck entsteht, wir sind hier nicht für bedingungsloses Grundeinkommen oder für die Sozialistische Republik Deutschland, sondern für Rechtsgleichheit und für Gerechtigkeitserfahrung, zu denen einfach auch sowas zählt wie die Erfahrung von legitimen und illegitimen Ungleichheiten und auch der Herstellung, man kann da was dran tun an einer gerechteren Gesellschaft. Absolut. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir, wenn wir in die Zukunft schauen, sehr, sehr große Probleme bekommen werden, denn mit einem... Soziale Spannung. Soziale Spannung und aber auch, wir werden eine große Altersarmut bekommen durch die veränderte Lohnstruktur, durch die Veränderung im Rentensystem. Also die Probleme in der Zukunft werden nochmal deutlich größer werden, als wir es hier und jetzt haben. Und das sickert so langsam auch in der Politik ein. Hinterlassen Sie mich bitte aus unserem Gespräch nicht so traurig. Aus der Gesellschaft des sozialen Aufstiegs haben Sie mal sinngemäß gesagt und geschrieben, ist eine Gesellschaft des Abstiegs geworden, darüber haben wir jetzt gesprochen, der Prekarisierung, aber eben auch der Polarisierung. Wie kann man da diesen Zündstoff oder diese Glut ein bisschen rausnehmen? Durch eine andere Sozialpolitik, eine gerechtere? Ja, darauf sollte es hinauslaufen. Ich würde eher sagen, den Zündstoff nimmt man heraus, indem man anfängt, sich selbst in diese Gesellschaft zu kümmern. Und man darf nicht vergessen, die gesellschaftlichen Konflikte, auch im 20. Jahrhundert, die hatten hier in Europa die Ausprägung von der Erfahrung des Faschismus. In den USA war das die Zeit des New Deals. Dort haben die Gewerkschaften einen unglaublichen Aufschwung erfahren. Der Präsident hat den Slogan ausgegeben, Your President wants you to join the Union. War heute undenkbar. Aber diese Zeiten, wo dann auf einmal andere Akteure auftreten und sich das gesamte politische Pendel wieder in eine andere progressive Richtung wenden kann, das ist auch heute möglich. Und das sieht man bei so etwas wie der Occupy-Bewegung, die es im Grunde global geschafft hat, das politische Feld nochmal anders aufzustellen, dass sich jetzt viel stärker über Ungleichheit geredet wird. Dass wir heute dieses Gespräch führen, hat auch viel mit Occupy zu tun, weil diese Bewegung eben Ungleichheit viel stärker in das politische Bewusstsein wieder hineingerückt hat. Und jetzt gab es einen Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders, der ein direktes Produkt davon war und in Großbritannien. Wir haben vorhin darüber geredet, dass die Parteien Mitglieder verlieren. Der Parteivorsitzende Jerry Corbyn steht da sehr unter Druck. Es gibt eine Neuwahl und der tritt mit einem sehr linken, im Grunde traditionalistischen, aber eben progressiven Programm an. Und da sind Hunderttausende, ich glaube 140.000 Menschen innerhalb von einer Woche in die Labour Party eingetreten. Da kann man sehen, die Bereitschaft politisch aktiv zu werden, was zu verändern, die ist durchaus da. Und das wäre für mich eine Perspektive eher von unten gedacht. Es sollte auf eine sozialpolitische Regulierung hinauslaufen, aber das kann man nicht nur aus der politischen Elite heraus denken, sondern das kann man nur mit den Bürgern machen. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen in den Gewerkschaften beitreten oder sich in politischen Organisationen dann wieder mehr engagieren würden.